hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge sims 4 und zuletzt war mit stiegen blätterten axel seine karriere jetzt als e-sportler weitermachen sollte und ich glaube weiter war ich gerade mal gucken mal wie sie jetzt weiter waren auf jeden fall waren wir jetzt schon sechs leute und der siebte war schon unterwegs also ist unterwegs in dem sinne wieso haben wir erst mal mit 347 millionen abgezogen hey äußerst fies 0 die origin server minted verfügbar sind darf man den plan bops mit behalten und spielt beim haa ok mit aufregen das liegt alles an fifa 15 unreleased bald sie arbeit mal wie sie ja schon ich habe schon das ist eng ach ich hatte hier oben die zimmer angefangen die ist unwohl du hast aber drei tage roh also ja eigentlich wollte nicht jetzt mal da spülspiele lassen ja zum kopf bezweck naja er stinkt also darf es trotzdem was funktioniert sie sind im klo wir sind hier umschlafen ja richtig also die martina hat ein großes zimmer hat er sein wir haben zu nie unterhalten wieso ihr kriegt alles kaputt selbst dass man kaputt bei ist die platziert spielspiel na jetzt da muss ich was ändern kann passen die wand ein kleiner durchgang die tür so 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 die spiel die musik und Haha, Floopy! Oh, Crofoba! Oh, Polingo! Haha! Nee, du bist ja unten auf die Dusche. Ich bin klar. Oh, aber... Sie marti... Null! ja katholischen jetzt versteht was war hat musik runter irgendwie spinnt doch musste irgendwo schläft jeder ach sie ist ja genau wer muss jetzt waren auf die arbeit da es ist schon die wöge hinter sie ist schlafen ich möchte nicht nehmen ich darf nicht nur für zu spielen Ich bin zweit auch nicht und mit dir wirst du selbst befreundet. So die sind auf der schule und arbeit bla bla So geht es auch auf zweite stufe man sieht dass sie schwanger ist Ja darfst du halt essen Ach 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 Du kannst spielzeugen. Romantik umarmen, wo ist es umarmen? Er hat eSports-Teilnehmer. Ich sag's ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ah, nicht bitten zu gehen. Herein bitten. Wird benommen. Er muss ja jetzt mal auf der Arbeit. Ich weiß nicht, was die Simms immer haben, dass die immer direkt beschämt sie wenn sie sind. Und, ähm. Wie wütend. Okay. Ich will immer die Prügel. Okay. Kemfen, kemfen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die Tv2 Soft Club ist wild. Seit wann können bitte Computerteile stinken? Nein, nicht blündern! Wegwerfen! Wegwerfen! Joachim teilt! Ah, das ist ja schon den Mülleimer, wo er in Prinzip handelt! Da muss ich dir gar nicht mehr rausbringen! So... Sie muss besser... In vier Fähigkeiten... Level 4 Ja... Käser ist ein Spielturm... Ich darf immer nur den Laufband... Ich dachte, ich habe das veraltert... Ah, schon ist es ja... Ich habe das letzte Mal hochgestellt gehabt... Da wird es stärker... Nö... Genau, zwei Tage noch... Dann ist sie nicht mehr Grundschüler und er ist ein Teenager! Dann beginnt der Stress! Hä? Was macht er hier oben? Das Grundstück war es noch... Boah... Ich bin ein Kriminell! Oh, sie muss so... Oh... Oh! 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 Komm, fall in Ohlmacht. Sie muss es überwachen werden, wie geil. Nö, so füß bin ich jetzt noch mal. Nicht Nickerchen schlafen, sie macht sich müßig um zwei Uhr morgens. Ja. das ist ein schlafen das ist ein schlafen mal gucken also noch zwei tage wie heute ist eigentlich schon so das wäre kaputt die spiele bis mal romantik flassen ich werde die nur verstehen die spiele das ist mein haushaltshilfe so gerade es ist mein haushaltshilfe es ist mein haushaltshilfe was darum kann ich mal kommen weil sie gleich also so sie muss erst So, um... Ach, Mann! Oh! 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 Hm. Flüssig Flüssig Wann der watsch watsch die darfst du ausschliessen er geht doch schlafen ich würde schon mal sagen das war's für heute und ob man also so nah ihr kind jetzt in der nächsten folge bekommen sehen wir in der nächsten folge oder wie sie ihm sagen würden zu